Unsere Mutter ist ein Mensch und unser Vater ist ein Vampir, ja und deswegen sind wir halber-halber sozusagen. Und ja, also Daka, also meine Schwester, möchte unbedingt Vampir sein und findet das so cool und deswegen zieht sie sich auch so an. So immer so dunkel und mit Lederjacken und so, so ein bisschen wie der Vater, nur in extrem. Und ich möchte halt unbedingt Mensch sein.